Und das ist der Star der Veranstaltung in Bregenz, Armini Barutian aus der UdSSR. Das ist die erste Kostprobe, die wir Ihnen in dieser Übertragung liefern können. Armini Barutian ist ein 13-jähriges Turnmädchen aus Erevan in Armenien, hat Spitzenplätze bei größeren Veranstaltungen erreicht, war Zweite bei den sowjetrussischen Jugendspielen, übrigens Hinterweltmeisterin Omeljanschik und brilliert hier mit diesem wunderbaren Sprung.